Sag mal, wenn Querdenkertum dahin konvergiert, dass die sich alle gegenseitig anpissten, dann war nicht alles schlecht, oder? So, jetzt bin ich wirklich auf Aufnahme. Geil! Hat auch mal laut geredet und pegelt das komplett aus, das ist schön hier. Einmal richtig gegengepegelt, Alter. Was? Gestern in einer Bar hat MCM einmal richtig gegengepegelt. Wo hat er das? Ach, jetzt ist die Musik ein bisschen leiser, aber du musst es nochmal sagen. Ja, nee, es war nur so ein Einstiegsding. Hallo! Ah, okay. Hallo. Also, wenn ich so andere Podcasts höre, da frage ich mich... Was machst du für Sachen? Ja, und machen andere Podcasts. Was machst du für Sachen? Weil nachher machen die Fans das nach, weißt du? Was? Was? Eine andere Podcast zu hören, das war scheiße. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ich frage mich halt, ob die Leute auch in diesen professionellen Podcasts unter ihr Mikrofon alte getragene Socken stopfen, damit der Tisch nicht so rauscht, weil der PC da so dran wackelt. Geil, oder? Also, ich mache das insbesondere nicht. Okay. Du bist aber auch nicht andere Podcast. Der Flottcast ist, glaube ich, in Pause, soweit ich weiß. Nee, nee, ein paar Dummcasts ist ja... Also, das wird doch... Doch? Das ist so ein Lebenswerk. Ja. Das steht doch in meinem Bewerb und gebe ich das immer mit ab. Warum zur Hölle klingst du nicht wie Tino? Was bist du eigentlich? Wer sind sie und warum kenne ich sie nicht, ehrlich gesagt? Die sind beim Bearbeiten meiner Weisheitszähler an die Stimmbänder gekommen. Gut. Hallo, liebe Leute. Egal. Machen wir später. Hallo. Hallo, liebe Leute. Ich wollte einen Witz über meinen kleinen Bruder machen, aber das wäre wieder dumm gekommen. Weil du ja gerade Tino bist. Nee, ich weiß nicht. Ich werde mich nur kürzlich angeschoben. Ist egal. Nächstes Thema. Also, hallo, Leute. Hallo, Leute. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Von der Datenautobahn. Ich bin Tino und der ist Robin. Der Brennpunkt Internet wieder in alter saftiger Stärke zurück, denn Tino ist... Und zu spät. Mal wieder... Die zwei Zus. Ja, ja. Zu, zu, sag ich immer. Ähm, ja, Tino hat Weisheitszahn-OP hinter sich und der, der sabbert jetzt und, äh, vegetiert so vor sich hin. Der, jetzt bin ich gerade auf meine Leertaste gekommen und habe die Aufnahme pausiert. Egal, weiter geht's im Text. Professionell. Du kriegst das hin. Ähm, wer, wer sabbert noch? Ähm, Lord Sabaton. Der, äh, Boden des Pazifischen Ozeans. Der sabbert ganz schön, ey. Uiuiui. Und wieder sabbert. Gestern auch. Wir haben jetzt irgendwie 24 Stunden keinen Kontakt mehr zu dieser Insel, weil der Boden ein bisschen gesabbert hatte. Ganz unangenehm. Ne, ich habe hier jetzt vier Themen rausgeschrieben, beziehungsweise fünf. Zwei gehen ums Thema, äh, Kinderficker und zwei ums Thema Explosion. Und eine Explosion hatten wir jetzt im, äh, in diesem Ozean. Bei einer Insel. Also, Katastrophen machen Leute. Ich habe noch nie von Tonga gehört. Ja, ich vorher glaube ich auch nicht. Das liegt ja sehr nah bei Fiji. Davon habe ich schon gehört, weil darüber wettert meine Oma immer. Das sind doch die, die immer die Kleidung verkaufen mit der Monami, oder? Laut ihr ja. Also, ohne Scheiß Zitat. Ich würde dasselbe wirklich nicht sagen. Ja, das ist auch, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das ist irgendwie, weißt du, bei anderen Sachen kann man sich das irgendwie herleiten. Das ist, glaube ich, einfach nur dumm. Ähm, ja. Und da haben wir jetzt mal recherchiert, ne? Und da ist so eine Insel, da ist ein Vulkan daneben und der Vulkan, der hatte Bock mal so richtig hart auszubrechen. Ja, denke der Midlife-Crisis. Ja, der ist mal aus seiner Comfort-Zone rausgegangen. Hat was Neues, weißt du? Hat sich einfach mal gehen lassen. Neues Leben anfangen, ganz woanders hingehen, wo sich keiner kennt. Altes Leben beenden. Und dort einfach mit einer, mit einer komischen Stimme reden. Egal. Hallo, hörst du mal auf, zukünftige Videos zu spoilern? Ja, Neues. Ne, also es ist mal wieder eine Tragödie, dass die Leute am Strand stehen und filmen, wie es explodiert, statt den Strand zu evakuieren. Ja, erzähl mal. Also ich habe jetzt wirklich nur die Meldung durchgelesen, aber gibt es da wirklich wieder sowas, ja? Also es ist der, in der Recorded History, einer der aller krassesten Vulkanen und lautesten Explosionen, die es gab. Die Rauchwolke war irgendwie so groß wie halb Deutschland und man hat auch bis in die Schweiz noch die Explosionen messen können. Ich habe mich nur gefragt, ob das einen derartigen, also es hat ja wahrscheinlich jetzt nicht so ein 2005er-Tsunami mit sich geführt, weil sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich schon krassere Schlagzeilen. Naja, das Ding ist, dass da halt nur Tonga ist, weißt du? Und das interessiert keinen. Stattdessen, aber wenn da die Malediven sind, wo der Deutsche gerne in Urlaub fährt und ein paar mehr Leute wohnen, dann ist das halt eine größere News so. Dann hat es diese Inselndromo komplett überflutet oder war es einfach nur ein bisschen? Es gibt halt literally keinen Kontakt zu dieser Insel Tonga aktuell, weil die halt sehr nah am Vulkan ausbauen. Also es kann auch sein, dass die einfach komplett dem Erdboden gleich ist. Ach, die haben da auch keine LTE. Genau. Also soweit jetzt der Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Aufnahme, gibt es keinen Kontakt direkt zu dieser Insel, die daneben liegt. Vielleicht ist die auch einfach weg. Vielleicht ist die weg. Vielleicht wurde die auch einfach aufs Meer hinaus gespült oder so. Boah, das habe ich, ich weiß gar nicht, wo das lief. Das lief früher in irgendeiner Kindersendung. Da gab es mal irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht, Eisbär oder so und der ist mit so einer schwimmenden Insel unterwegs gewesen. Das fand ich übelst cool. Mhm. Dieses coole Leben führen die da jetzt bestimmt. Ey, ich google mal, wie das, das war ganz, das mochte ich gerne, habe ich das geguckt. Wie hieß denn das nur? Äh, schwimm, man. Da gehst du jetzt mal nach langer Zeit bitte wieder auf Twitter unter das Hashtag Tonga und postest das da mal hin. Ich habe Twitter weggelöscht. Äh, schwimmende Insel Kinderfernsehen. Ach, du warst das. Ich habe mich schon gewundert, wo Twitter hin ist. Ach, du hast das weggelöscht. Ich habe das weggelöscht. Oiski, Boiski, das heißt ja fast wie dieser Vulkan. Oiski, Boiski, Tonga, Honga, Tonga. Das ist ja großartig. Ich erinnere mich. Ja, Fernsehserien.de. Ich möchte bitte keine Cookies entgegennehmen. Das habe ich immer übelst gern geguckt. Wir machen natürlich diese ganzen geschmacklosen Witze nur, um darüber hinwegzutäuschen, dass uns immer mehr klar wird als Menschheit, dass wir der Natur einfach ausgeliefert sind. Aber in so Krisensituationen, da ändert man ja nicht die Politik. Ich glaube auch, dass man, also ich glaube, gegen Vulkane kann man wenig Politik machen. Naja, man könnte aber zumindest ein paar Windräder daneben stellen. Was könnte man daneben stellen? Ein paar Windräder. Ich glaube, da ist jetzt gut Sturm. Hätte man da einfach rechtzeitig angefangen, Geothermik abzuzapfen, dann wäre der auch nicht explodiert, weißt du? Ja. Daran lag es. Ja, ist auf jeden Fall wahrscheinlich eine ziemlich harte Tragödie. Es gibt halt noch keine Zahlen. Mal gucken, was da rauskommt. Und es gab natürlich auch dann einen kleinen Taifun, mindestens 60 Zentimeter hohes Wasser habe ich überall gesehen. Das klingt erstmal nicht nach viel. Wenn man hört, eine Welle, die 60 Zentimeter hoch ist, ist jetzt nicht so wild, aber wenn halt, wenn du dir Weimar vorstellst und 60 Meter Wasser überall, äh, 60 Zentimeter, das ist dann vielleicht schon nicht so geil. Äh, du hast gerade Taifun im Kontext des Wortes Wasser verwendet. Habe ich das falsch verstanden? Wieso? Taifun bezeichnet einen tropischen Wirbelsturm in Osten. Da resultiert dann Wasser draus. Das querfällt ein. Also es hat schon, es hat schon dieses Wetterphänomenen Taifun hervorgerufen. Phänomenen. Ja, genau. Ja, ja. Ah, krass. Siehst du mal. Also wie gesagt, ich bin da gar nicht nah dran. Das war ja auch damals. Ich hatte gerade kurz sogar gedacht, du hast irgendwie Tsunami-Taifun verwechselt. Aber krass. Das scheint ja doch eine gewaltige Wolke zu sein. Naja, halb so groß wie Deutschland. Also einmal DDR quasi auf Tonga gesetzt. Du weißt, das ist schlecht. Die haben jetzt keine Bananen mehr. Ich glaube, das ist ihr geringstes Problem. Aber mal interessant. Also, weiß ich nicht. Sobald man da wieder durchkommt, vielleicht mal anrufen und fragen. Ey, Leute. Mal hinmorsen. Alles gut. Also irgendwie ist da kein Kontakt wegen irgendwie Sehkabel, aber auch weg, ne? Und ich weiß gar nicht. Und da kannst du nicht irgendwie aus der ISS mal ein Foto machen von oben und gucken, ob das irgendwie noch da ist. Ey, Fotos gab's reichlich, ne? Und so Satellitenbilder. Ja, da ist ja auch einfach nur eine Wolke davor. Scheiße. Ja, ist schlecht gemacht. Haben halt keinen Iron Dome gegen Rauch. Aber ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt, ne? Also, das kann jederzeit und theoretisch auch überall passieren, ne? Ja. Nur weil ganz, ganz lange unter Europa nichts explodiert ist, ähm, und es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, ne? Das kann jederzeit uns alle dahin machen. Ja. Und soweit ich weiß, soweit ich weiß, ist das ja nicht mal einer dieser richtig harten Supervulkane gewesen, wie es zum Beispiel in Amerika eingibt. Äh, in dem Nationalpark. Wenn der ausbricht, kann auch quasi komplett die Menschheit ausgelöscht werden, potenziell. Ja, na ja, es sei denn, Herr Laschet macht Politik. Ich glaub, der kriegt das hin. Ja, der kann das. Ich hab mich kürzlich gefragt, was der jetzt so macht, aber ich glaub, der macht gar nicht mehr so viel. Naja. Vielleicht treibt er ja ein Buch. Ich hoffe es. Wusstest du, dass der Kanzler wird? Das, äh, wusste ich nicht, ne? Ich hab da so einen Song auf Dauerschleife gehört im letzten Stream. Echt? Das ist ein prophetischer Song auf jeden Fall. Naja, noch kann er nochmal antreten, ne? Armin Laschet wird dieses Mal wirklich Kanzler. Ich will ja nicht zur Gewalt aufrufen, aber dann hoffe ich, dass die deutsche Gesellschaft einfach mal gegen ihn antritt, physisch. Äh, alles gut. Ich kann mir noch weniger vorstellen. Also, warum sollten die den jetzt plötzlich wählen? Na, weiß ich nicht. Ne, siehste. Warum, warum gibt's dumme Dinge, ne? Ja. Apropos dumme Dinge, kommen wir doch mal von Naturkatastrophen zu einem häuslichen Taifun, äh, Tsunami, whatever. Es gab mal wieder so einen richtig schönen Livestream-Fail. Ja, hab ich hier länger nicht reingenommen. Aber das ist eine gute Rubrik. Ich bin ja leidenschaftlicher, äh, Vollzeit-Streamer, will man fast sagen, wenn's nicht gelogen wäre. Und, ähm, es gab einen Speedrunner von einem Spiel, das kennst du, Super Mario 64. Mhm. Der Typ heißt Simply. Und der Typ hat ähnliches, ähm, Ausrüstungsgegengestand wie Soulfang in seinem Badezimmer. Nämlich ein eingebautes Bidet im Klo. Okay. So. Und während er im Pause-Bildschirm oder im Start-Bildschirm von Super Mario, äh, aus dem Raum geht, hört man plötzlich so richtig abartige Durchfallgeräusche. Also er hat quasi, äh, weiß nicht, ob's Verstopfung war, aber er hat das Bidet quasi als Einlauf benutzt. Und dann flattert das da in einer Tour. Und dazu diese fucking Start-Bildschirm-Melodie von diesem Game. Okay. Das ist eine sehr, sehr geile Mischung. Und das ist sehr gut viral gegangen. Willst du, willst du das in der Beschreibung verlinken? Klar, mach ich wie immer. Ich notier mir das und ich schreib's dem Anschluss. Okay. Super Mario Durchfall. Nintendo, wir erwarten da was. Super Diarario 64. Das ist halt witzig, weil wenn das Klo verstopft, dann weiß der Mario direkt, was zu tun ist. So, 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 qua Beruf. Korrekt. Qua, ist das jetzt dein neues, äh, Beruf, äh, Esk? Ja, genau, Beruf, Esk. Äh, Links. Warte, ich hab hier so ein Loch ausgelöst. Nee, Mario, da hast du dich jetzt im Spiegel. Ja. Das ist, klingt sehr, sehr witzig. Das will ich auf jeden Fall auch gucken. Weil, so, jemand kackt, ist halt nicht witzig, aber jemand kackt und währenddessen läuft die Mario-Melodie. Das ist halt schon witzig. Ja. Vor allem hat man halt auch die Live-Reaction vom Chat dazu. Das macht's um einiges besser nochmal. Bro, what's going on? Er muss ja diverse Fehler gemacht haben. Er hat den Stream angelassen, gut, das kann Absicht gewesen sein. Er hat sich nicht gemutet und er hat auch keine Tür zugemacht? Na doch, ich glaub, die Tür ist zu, aber das Mikrofon scheint also, in dem Moment, wo er weggeht, wirkt das Mikrofon so, als würde es den Pegel hochschalten, weil halt ganz nah davor nichts mehr passiert. Mhm. Aber ich bin mir halt auch ziemlich sicher, dass es kein Fake ist oder er es nicht mit Absicht gemacht hat. Also, es gibt da noch Reaction noch auf den Clip, schon sehr gut. Ist es ihm unangenehm gewesen? Ja, er checkt halt erst gar nicht, was geht und dann sagt er so, oh my God, it's so laut! Und dann fängt er halt an mit Lachen. Also, vergräbt dann auch die Hand im Gesicht und so. Nee, warte, andersrum. Ich hab mich schon gefragt, wie er vergräbt seine Hand vor Scham, oder? Vor Scham, Alter. Direkt Hand abhacken. Jo, geil. Das war auf jeden Fall so ein kleines Highlight diese Woche. Gefällt mir sehr gut. Gut. Kannst du mir weiterhelfen bei Novak Djokovic? Djokovic. Hab ich tatsächlich jetzt gerade noch als unwichtiges Thema nochmal mit, äh, bei Novak Djokovic. Ich auch. Ähm, dieses, diese Woche ging ja, äh, TV total wieder los. Ah, deswegen kennst du dich da jetzt aus bei solchen Sachen. Und der hat, äh, ich weiß nicht, der hat sich auf jeden Fall als irgend so ein Tennisspieler verkleidet und ich glaub, das war der. Ähm, ähm, ja, da fängt's halt schon an, ne? Tennis-Spieler. Also wer, 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 ist so. Also auf jeden Fall wollte der irgendwie nach Australien rein, wenn ich das richtig gehört hab. Und Australien ist ja mega No-Covid unterwegs, ne? Mhm. Und, äh, da hatte der wohl irgendwie... Der war in Quarantäne und ist trotzdem raus zu einem Event, soweit ich weiß. Auch ungeimpft, erster Punkt. Zweiter Punkt dann irgendwie, ähm, PCR-Test. Positiv gewesen und der negative Test war irgendwie auch so ein bisschen fake-esk, ähm, gewesen. Ich weiß nicht, wie genau du das jetzt hier weißt. Ich hab das wirklich nur Minuten vor dem Brennpunkt und, äh, das war irgendwie international eine Meldung wert. Und jetzt schauen alle wieder auf die Tennis-Welt. Wird Djokovic spielen? Ich glaube nicht, der ist schon wieder raus aus Australien. Äh, ja, aber ich war auch total gespannt. Djokovic, Tennis, Tongo. So viel die Woche. Er durfte nicht raus qua Quarantäne? Mhm. Mhm. Gut. Ja, also supergeil. Tennis ist einfach, also, wow. Ich verstehe nicht, warum das so eine krasse News ist. Also, klar, ich verstehe, dass Leute Tennis gucken. Aber es ist doch nicht so ein Sport, dass der so hart in der Gesellschaft drin ist, dass das eine News ist irgendwie, oder? Vielleicht schon. Schreibt sie in die Kommentare. Ja, sehr gerne, Leute. Schreibt alles in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, wie hochprofessionell wir sind. Aber für mich wirkt es halt trotzdem als, keine Ahnung, auch Dartspieler oder so. Ja, da ist ein Dartspieler, der ist irgendwie falsch auf die Autobahnausfahrt rauf. Okay. Hat meine Oma mal gemacht mit mir drin. Das war gut. Was? Das war ein Erlebnis. Wie habt ihr das gelöst? Rückwärts wieder fahren, als dann ein LKW kam. Ach so, oh Gott, ey. Das ist ja echt so ein Horror. Du bist dann schön auf der Autobahn, fährst so, guckst so, rechts sind so plötzlich Autos, die in die Richtung fahren und denkst so, hä? Und dann merkst du, dass du Mist gebaut hast. Aber die Ausfahrt, ne? Also wir sind von der Autobahn runter, aber halt die Ausfahrt, die eigentlich eine Einfahrt ist. Ganz komisch. Ja, das ist absolut unmöglich. Wie habt ihr das gemacht? Weiß ich nicht. Das war ganz komisch. Es kam uns ein fetter LKW entgegen und dann ist meine Oma in den Rückwärtsgang zurück und dann noch ein paar Meter weiter auf der Autobahn die nächste Ausfahrt raus. Hä? Da hat der LKW wahrscheinlich nicht gebaut. Wer? Helge? Willst du von der Autobahn in eine Einfahrt reinfahren? Weiß ich nicht. Ich bin kein Autofahrer. Aber du bist doch schon mal auf der Autobahn gewesen. Du hast doch beobachtet, wie sowas... Ich bin auch schon mal auf der Autobahn gerannt. Das ist ja allerdings verjährt, aber eigentlich war ja, wir haben ja gesagt, wir haben das gar nicht gemacht. Achso. Achso, nee, das war ja gefilmt. Ich meinte gerade, wo wir nach Paris sind und du... Ja, ja, über fünf Straßen rüber, ne? Wo du von diesem Autobahnschild runterwinken wolltest. Ach, das! Hey, fuck, warum haben wir so viel Scheiße auf Autobahnen gemacht? Ich hab von vornherein gesagt, ich fand die Idee nicht so gut. Na gut. Und dann hat diese Alte mich noch beleidigt. Alter, das war so gut. War das nicht so... Die hat doch unser Auto irgendwie blockiert. Genau, die hat das hinter uns gestellt, was schon nicht legal ist, weil wir haben ja kein Verbrechen begangen, die hätte uns nicht festhalten dürfen. Polizei gerufen. Also ganz... Okay, die Brennpunkte, Leute, ich merk schon, ihr wollt das hören. Alles ging damit los. Wir waren ja in Paris, Public Bank Population im Jahr, weiß ich, 2012 oder so. Oder sogar elf. Nee, 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 also mindestens zwölf. Und sind dann auf der Autobahn gewesen, auf der Autobahnraststätte und irgendwie kam dann die Idee, wäre doch witzig, wenn wir so wieder aus dem Auto raus filmen und das am Anfang des Videos machen, so Stimmungsshots, ne? Kennt man ja. Ja. Und dann war so die Idee, dass du von so einem Autobahnschild runterwinkst und dann so... Das ist eigentlich übelst genial. Ja. Also immer diese random, total beliebigen Shots aus dem Auto raus. Oh ja, sie fahren, bla, langweilig. Und auf einmal stehe ich aber auf dem Schild oben. Genau. Und dafür mussten wir, waren wir in so einer Autobahnraststätte und mussten über so einen kleinen Hügel und dann war irgendwie dieses Schild da auf der Autobahn. Da habe ich mal nicht hingeguckt. Und irgendwie kam dann so ein Pärchen, die mich vollgequatscht haben, hier, was machen die da? Ja, ich war halt am Auto und ich natürlich, du hast mich halt gebrieft, wie ich dazu reagieren habe, halt Englisch geredet und gesagt, ich bin irgendwie Massachusetts oder so. Ja. Und die haben mir das irgendwie nicht geglaubt, weil ich damals auch ein Elfklässler Englisch gesprochen habe von der Waldorfschule. Also ist ja bis heute nicht perfekt, gar keine Frage. Auf jeden Fall haben die die Lunte gerochen, sage ich mal. Und waren auch tierisch sauer, weil ich die halt angelogen habe und meinten dann hier, wir rufen Polizei und du Arschloch und so, du fuck off und so. Weiß ich nicht, habe mich übelst beleidigt die ganze Zeit, was ich halt noch witzig fand. Also meine Güte, was wirkt mich, wenn mich irgendwelche alten Säcke beleidigen. Aber dann konnten wir halt nicht mehr ausparken, weil die sich hinter uns gestellt haben. Und dann hat irgendwie Kalle noch so getan, als ob er mich so ausschimpft, damit dieses Pärchen denkt, dass er das völlig anders sieht und dass ich total missgebaut habe. Und dann haben die irgendwie noch gemeint, du hättest auf diesen Berg, wo du rüber musstest, noch irgendwie einen Holzpflock aus dem Boden gezogen und rumgeschmissen oder so, was überhaupt nicht hingehauen hat. Und irgendwann kam da halt die Polizei und die meinten dann, du bist irgendwie auf die Autobahn gerannt. Also ich weiß nicht, ob du wirklich auf die Autobahn gerannt bist, ich glaube schon. Nee, na, also es stand wahrscheinlich am Rand auf der Autobahn, aber ich bin nicht drüber gerannt, soweit ich weiß. Genau, dieses Pärchen hat halt auch behauptet, wir seien über diese Autobahn gerannt oder auf der Autobahn rumgerannt. Und weiß ich nicht, ob die sogar irgendwas mit, wie wolltest du das Leben nehmen, gesagt haben, ich weiß es nicht wirklich. Und halt übelste Scheiße erzählt, bis es dann hieß hier, wir müssen jetzt 50 Euro bezahlen. Und dann waren die halt glücklich. Also keine Ahnung, man würde es in modernen Zungen als Allmann bezeichnen, ich finde es nicht so gut, aber das trifft es halt. Ja, war ein Event. Ach so, ja, und wir haben den Clip dann nicht gedreht. Leider nicht. Wir sind dann einfach weitergefahren. Aber echt, ey, die hätten einfach ihr scheiß Maul halten können, da hätten alle einen schöneren Tag gehabt, weißt du? Ist so, auch die Polizisten. Höchstwahrscheinlich, die haben ja auch Besseres zu tun. Aber ich dachte, ja, ich dachte eigentlich halt an das Event, als wir so ein lustiges Treiben im Nebenauto von uns hatten und dabei gute Musik gehört haben und dann aber die Ausfahrt fast verpasst hätten und dann so über vier Spuren gerade so noch in die Ausfahrt reingelenkt haben. Ja, das war, sollte man auch auf keinen Fall machen, ne? Jaja, ist ja auch nicht passiert. Wir hatten Musik gehört, hatten nebenan glaubt eine Familie und die haben dann, wir haben dann im Auto getanzt und die haben auch so rumgehandelt. Das war keine Familie, das waren so ganz coole Leute. Ich weiß nicht, war irgendwie fünf Leute oder sechs in so einem ältest größeren Auto? Genau, in so einem ganz kleinen Auto und also deren Stimmung hat dazu gepasst, was für Musik wir gehört haben, woraufhin dann auch auf der Rückfahrt diese Frage entstanden ist. Naja, du kannst jetzt nicht irgendwas anteasern, wir werden jetzt nicht sagen, was das für eine Frage war. Da reden wir jetzt nicht drüber. Würde ich nämlich auch sagen. Aber wie kann man da jetzt hin? Weiß ich auch nicht, irgendwas mit einem Auto waren. Ah ja, Christel. Oder Inge? Egal. Ja, stimmt, Inge wieder. Und wie kamen wir da hin? Boah, jetzt musst du das wieder rückabwickeln, so eine Scheiße. Ja. Wie kamen wir da drauf? Autobahn. Naja, ich weiß, wer auch wo drauf gekommen ist. Drake ist nämlich auf eine Freundin oder Groupie oder was auch immer gekommen, beziehungsweise in sie. Wer ist denn Drake? Ja, irgendein Rapper, keine Ahnung. Ah ja. Ich glaube, der ist in irgendeiner Form für Musik relevant. Und der hat hinterher dann in das Kondom so scharfe Soße gekippt. Warte, das kommt mir bekannt vor. Ja? Das hat mir doch gestern irgendjemand erzählt. Kann gut möglich sein. Ja, genau. Sein Instagram-Model war das. Ja, und die hat halt hinterher versucht, sich das einzupflegen auf dem Bad und hat dann angefangen mit Schreien, weil es halt bereits bearbeitet war. Weil das wohl so ein, also kannte ich auch nicht, aber es ist wohl so eine bekannte Praxis, dass man sich da halt so Geld erschleicht, ja, indem man sich da befruchtet gegen den Willen. Ich wollte ganz kurz fragen, also der hat sich scharfe Soße in sein Préservoir gekippt. Frage 1, ich meine, gehört zu haben, das... Jetzt hast du aber einen Neologismus geschaffen, oder? Das Präservativ mit dem Reservoir oben drin. Das ist mir, glaube ich, auch schon häufiger passiert. Ja, das Préservoir. Egal. Auf jeden Fall, ähm, hat er dieses Zeugs da reingekippt, um das Sperma abzutöten? Oder um für den Fall, es kommt eine Anschlussfrage, nicht antworten. Oder für den Fall, dass sie das nicht reinmacht, dass sie halt wirklich Schmerzen hat. A und B, hat er sich die scharfe Soße reingemacht, bevor er gebimst hat oder nachdem er gebimst hat? Nein, hinterher. Weil ersteres stelle ich mir echt schmerzhaft vor. Hinterher hat er das gemacht. Das heißt, er ist dann ins Bad, hat sich das abgezogen, hat dann meinetwegen da dieses... Hat in seinem Spiegelschrank immer so ein schönes Riratscha stehen für einen Notfall. Und hat es dann wahrscheinlich zugeknotet und in seinen Badmühleimer geschmissen. Ja. Dann ist sie ins Bad gegangen, hat das wieder aufgeknotet. Ja. Und hat dann gesagt, okay, ich will ein Kind mir machen. Noch ist es warm, noch ist es schön. Und hat sich das dann quasi... Heiß und geil eingepflegt. Hat dann unten gegen das Reservoir gedrückt, sodass das Kondom umgestülpt wurde. Und hat sich dann diesen Schmodder wahrscheinlich so Bauch runterwärts mit der Hand gehend in die Furche reingepflegt. Ja. Wahrscheinlich auch richtig schön tief, damit es auch die Gebärmutter erreicht. Ja. Und hat dabei erst gedacht, ich bin genial. Und dann dachte sie so, ups, das ist ja gar nicht mal so angenehm. Was war da denn los? Du hast den Tathergang sehr gut wiederhergestellt. Du könntest so ein Spurensicherer sein. Die Spusi. Ja. Die Spusi für die Pusi. Ja, genau. Danke. So ist es ja Podcast dann. Gut. Nee, also ich überlege irgendwas mit Vulkan. So. Aber keine Ahnung. Der Oliver Kahn, der ist leider nicht mehr ganz da. Aber der ist relevanter als dieser komische Tennis-Heiko. Äh, warte. Äh, äh. Brandheißer Ausfluss? Ähm. Doch. Ja. Gibt es denn einen umfassenden Namen für etwas, das rausgespritzt wurde? Ich meine, man, Eakulat ist ja kein Überbegriff für Lava. Eakulava. Also qualzt doch. Eakulava. Doch, das ist gut. Aber ich weiß gar nicht, ob da Lava rauskam aus dem Vulkan. Aber das ist, bei Wortspielen ist das ja egal. So. Eakulava. Jörg Pilava, hätte ich gesagt. Genau. Machen wir weiter. Ja. Da ist gerade das Niveau auf den Boden, Jörg Kachelmann. Ich würde auch sagen, auf den Boden des Pazifischen Ozeans. Hm. Gut. Gut. Ja, Tonka hat es explodiert. Was ist noch explodiert? Äh, na, boah, der Erfolg bei dem James-Webb-Teleskop, was wir seit vier Folgen hier aktiv mit reinnehmen, was ich bis heute nicht ergoogelt habe und mir auch egal ist. Ey, dafür haben wir Kommentierer. Es wurde kommentiert und es wurde auch drüber geredet über das Thema. Ist richtig. Das ist ja auch eine gute Errungenschaft, aber das ist halt immer so, sobald's, wenn's wieder so ein Bild gibt von so einem schwarzen Loch, da bin ich an Bord. Aber bis dahin, naja. So, also alle Teile von diesem Teleskop sind jetzt in Space deployed, hab ich gelesen. Sehr schön. Jetzt kann man theoretisch vielleicht auch einfach auf die Erde das richten und gucken, was in Tonga gerade abgeht. Das stimmt. Ich kann das ja durchwolken, durchgucken. Outside the box denken. Man weiß es nicht, wir bleiben gespannt. Ja. So, du hast hier mir irgendwas angekündigt von Kindervergewaltigung. Die zweite Explosion wäre noch die Omikron-Zahlen gewesen, ist aber egal. Na, das ist doch daily, oder? Und täglich grüßt das Omikron. Ja, aber wir kriegen nicht jeden Tag ein Rekord. Ach, das ist ein Rekord-Rekord in Deutschland. Na klar, Deutschland hat jetzt wieder einen gewaltigen Peak, der wieder alles in den Schatten stellt, was jemals existiert hat. Und ich glaube, wir haben den Rekord nächste Woche wieder. Also, da wird sich nicht mehr viel tun. Ich seh's grad. Ich dachte tatsächlich, in Deutschland geht's eher gerade zurück wieder. Nee. Siehste, ich guck grad echt nur so alle zwei Wochen mal auf die Zahlen. Ja. Ach, du Scheiße. Ne, jetzt ist halt die Frage, manche sagen Durchseuchung, andere sagen, nee, Durchseuchung ist noch viel zu gefährlich. Herr Lauterbach sagt, Durchseuchung ist ja total dumm. Also, ich sage gerade Portugal-Inzidenz von 3.500. Ja. Das sag ich gerade. Kannst mal durchrechnen, wie lange das dauert, bis jeder das dann hatte, ne? Hm. Zehn Wochen, das wären 30.000 pro 100.000. 30 Wochen ungefähr, dann hat das jeder mal gehabt, wenn's immer 3.000 bleibt. Bin mal gespannt, wie's gemacht wird. Bin mal gespannt. Also, die Wissenschaft ist irgendwo zwischen Omikron ist nicht so schlimm und Omikron ist nicht so schlimm, wenn man geimpft ist. Und Omikron ist genauso schlimm und so schlimm, nur halt nicht ganz so schlimm wie Delta und weiß ich nicht. Es bleibt spannend, ob das die letzte Welle war. Du kannst aber nicht leugnen, dass Wissenschaft immerhin gut ist. Insall fliegen ist gut. Hm. Kaltes Bier trinken ist auch gut. Ja. Oder sich im Takt bewegen. Also, alles. Aber das, das, nochmal zum James-Webb-Teleskop, insall fliegen ist gut, ne? Ja. Ist gut. Mit dem Thema jetzt. Ja, dann drehe ich das halt hier zur Kinder-Figaritis. Wenn du nicht willst, mir ist egal. Was ist denn zur Kinder-Figaritis? Ne, das ist, wenn man schon ganz wund ist von, weiß ich nicht. Ach, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Kennst du das, wenn du einfach so durch den Tag läufst und auf einmal wird dir die Schirmherrschaft weggenommen? Was ist denn die Schirmherrschaft? Ist das das, was die bei dem Engländer da gemacht haben? Genau das, Alter. Also, ich hab hier, ich hab hier zwei Sachen. Ich hab hier einmal, Andrew darf hier nicht mehr his Royal Hygness genannt werden. Und das hat wohl seine Wully gesagt, dass wohl diese alte Frau, die in England immer so tut, als wäre sie Politikerin. Ja. Und winkt. Und was das jetzt für ihn bedeutet, hab ich aber noch nicht verstanden. Das erklärst du uns jetzt. Ja, das weiß ich halt auch nicht. Da hab ich auf dich gebaut. Aber die Schirmherrschaft, vielleicht ist das ja quasi das, dass er jetzt nicht mehr so die Royalty am Start hat. Und seinen militärischen Rang hat er auch verloren. Oh, das ist aber auch. Sapper Lot noch eins. Na, ich hab mich ja gefragt, bringt einem so ein Rang vor Gericht irgendwie Vorteile oder so? Oder wird man da gemildert? Oder hat man da so eine Immunität oder so? Ich weiß nicht. Also, der Punkt ist ja, da geht ja jetzt wegen der Imseritis da irgendwie vor einen Richter, wenn ich das richtig verstanden hab. Und wenn man dann diesen Titel vielleicht nicht hat, vielleicht kann man ja Royal Hygnesses gar nicht einsperren. Keine Ahnung. Also, google das doch jetzt noch schnell. Ich red mich im Kopf und kragen, du hast jetzt mindestens 20 Sekunden Zeit zu googeln. Ja, ich hab rausgefunden, dass er schon fast 50 Schirmherrschaften verloren hat. Tendenz steigend. Halleluja. So viel würde ich aber nicht verlieren können. Wie viele Schirmherrschaften hast du schon gesammelt? Also, alle, die hier möglich sind, glaub ich. King of Pranks? Ich glaube fast, das ist halt sowas wie... Ja, so eine Lobby oder so, nur halt anders. Royal Navy, Royal Marines, Children's Fund, witzig. Warum kann der bei Royal Marines, Children's Fund nicht mehr, also... Stehe ich auch nicht ganz. Der ist halt wahrscheinlich so, das ist halt nur, der gibt seinen Namen für irgendwelche Organisationen her. Cool. Und das darf er jetzt nicht mehr. Ah, diese Sendung ist präsentiert von Prinz Andrew. Ja. Oiski poiski kommt jetzt. How to catch a predator. Alter. Ja, das ist natürlich sehr schade. Ja, geht. Also, gut, wenn Leute halt für das bezahlen, was sie so angerichtet haben. Weißt du, was professionell ist am Podcast? Was denn? Wenn man recherchiert, während die Aufnahme läuft. Ja. Ja, das stimmt. Next Level, Next Level. Aber ey, es gucken sich jede Woche noch über 100 Leute an. Der Erfolg gibt uns quasi recht. Hallo, hallo. Du zählst die Spotify-Zahlen vielleicht mal nicht mit. Oh, wie hoch sind die denn? Das weiß ich nicht. Die Nostra-Spotify-Zahlen. Recherchiert jetzt mal schnell raus. Komm, die Leute hören sich eh alles scheiß an. Die fressen alles mit den Ohren auf, was man ihnen auftischt, ey. Wie sagt man? Nicht Klickvieh. Klickvieh. Nicht Klickvieh, sondern Hörvieh. Hörvieh. Genau. Ja. Nee, also ich finde das aber gut, den Prinz Andrew einfach hier im News-Cycle drin zu lassen. Als Mahnmal gegen, ähm, weiß schon. Prinz Andrew ist so ein Glockenturm, der in den Nachrichten aufgebaut wird. Oder gegen Geschlechtsverkehrt genannt. Ja. Naja, sie war halt 17, soweit ich weiß. Also die Einzige, die, soweit ich weiß, mehr oder weniger bestätigt ist, die ist halt 17. Und das ist natürlich was anderes, aber trotzdem hat er sich da ja auch überall beteiligt, so. So, wer noch Geschlechtsverkehr mit Kindern hatte, war Pfarrer H. Pfarrer H? Ja. Das ist doch der Pfarrer H, von dem ich schon so viel gehört habe. Aber wenn ich das jetzt richtig verbunden, also Benedikt der 16. wird angeklagt auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ist das, ist das der Ratzinger? Nee, wer war das? Ich glaube schon. Ah. Also der, der Alte, der, der, glaube ich, zurückgetreten ist sogar. Ach so, ich dachte, das ist immer auf Lebenszeit. Ähm. So eine faule Sau, Alter. Das war damals, glaube ich, auch bei dem Rücktritt so ein Ding, ne? Dass das eigentlich auf Lebenszeit ist. Aber gut, ne? Der ist 94, der macht ein Wettrennen mit der Queen, wer zuerst 100 wird. Noch können wir Wetten reinholen. Was denkt ihr, wer wird zuerst 100, die Queen oder der Ratzinger? Schreibt in die Kommentare, aber gegenüber, also die Queen findet ja Kinderbimsen nicht so gut und entzieht der Titel. Der Ratzinger, der hat das anders geregelt. Und zwar war das in den 90ern so, und jetzt probiere ich es irgendwie zusammengekriegt, dass der Pfarrer H. in Essen Kinder gebimst hat, genau genommen Knaben. Und dann nach, äh, statt rauszufliegen, irgendwie nach München ist und da weitere Knaben gebimst hat. Also halt auch mindestens ein. Und der Benedikt XVI, der hat das aber nicht unterbunden, obwohl er das wusste, hat er gesagt, ja, gehst halt nach München. Und deshalb wird er gegen die Menschlichkeit angeklagt. Er hat halt die Tapes gewollt, die dabei entstanden sind. Oder vielleicht wollte er auch, dass die Kinder ihm die Füße lutschen, gibt's alles. Ja. Also ich sag mal, diese katholische Kirche, ich wurde da nie warm mit, aber irgendwie wird die mir auch nicht sympathischer. Ich wurde da nie warm mit, ich weiß auch nicht. Ja, also ich sag mal, ist grundlegend witzig, wenn auch so 94-Jährige, ich hoffe, der wird dann vor Gericht geladen und dann kriegt der nochmal so richtig eine Rüge, ja, damit er das nicht mehr macht. Aber ja, ist natürlich wichtig, da ihn trotzdem auch als Mann mal zur Rechenschaft zu ziehen. Aber das ist doch hier, war das nicht ein Deutscher ursprünglich? Ja, das kann sogar sein. Aber... Das ist doch dann schon wieder, da müssen wir doch aufpassen. Na gut, das würde die Sache mit Essen und München halt erklären, ne? Was heißt Benedikt auf Deutsch? Ach so, das würde die Sache erklären, ja. Ich weiß nicht, ob das in jedem Land gibt, aber... Der männliche Vorname Benedikt stammt aus dem Lateinischen und leitet sich von Benedikere ab, was gut sprechen oder auch segnen bedeutet. Siehste? Dann lernen die Leute hier sogar noch was. Live recherchiert. Ich hab zwar jetzt schon wieder vergessen, was das heißt, aber man lernt hier richtig viel. Geil. Bedauerlich, ne? Für die Kinder, ja. Für ihn nicht so, also... Oder für wen ist das jetzt bedauerlich? Naja, also, wenn du so guckst, das Wahrzeichen von Köln ist halt ein katholisches Bauwerk, ne? Das schmeckt dann halt scheiße, finde ich. Wenn das alles von... Weiß ich nicht. Ich find so Kinderficken nach wie vor, dass eins der schlimmsten Sachen niemand machen kann. Hast du's schon mal probiert? Du kannst... Alter, im dreckiges Maul jetzt langsam. Ja, ich bin grad echt im Modus. Weißt du auch warum? Und ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Im Modus was? Ich habe mir ein... Halt's Maul, Alter. Mad-Eye kennt den mittlerweile auch. Ähm, ich hab da neulich mal wieder von geträumt. Egal. Ich habe ein Comedy-Special gekauft für 10 Dollar. Ich, der ich eigentlich so gut wie nichts an Geld ausgebe, außer für Essen, habe mir das neue Comedy-Special von Louis C.K. gekauft. Also online quasi, dass ich's jetzt ein Jahr runterladen, streamen und was auch immer kann. Ach so, ich dachte, du hast dir einen eigenen Brennpunkt gekauft und musstest nur 10 Euro bezahlen, weil die anderen 10 gehen ja an dich selber. Das war so, hä, was geht denn? Findet der das jetzt so lustig? Oh, Alter. So, noch nie so leicht Geld verdient. Nein. Äh, Louis C.K. Habe ich dir auch mal was geschickt und der ist halt, weißt du, der hatte ja diesen Skandal mit, der hat da Frauen gefragt, darf ich für euch masturbieren? Und dann wollten die plötzlich doch nicht mehr und so Geschichten. Und dann kommt er aber zurück und redet dann 10 Minuten richtig geil einfach über, ja, über Unzucht mit Kindern unter anderem so. Und das finde ich halt einfach so, so gut. Also er verpackt das halt auch so intelligent. Das ist, ich will nicht von mir behaupten, dass ich das hier jetzt mit Fingerspitzengefühl mache, weißt du? Aber bei ihm ist das halt echt so, also der bringt dazu, die Leute darüber zu lachen und gleichzeitig, okay, warum lache ich hier gerade drüber? Und wenn du dann aber einmal an dem Punkt bist, dann hast du halt so. Also, ich weiß nicht, ob ich dir dieses Of Course But Maybe mal geschickt habe. Das erinnert mich gerade an dieses AfD-Plakat, äh, Deutschland aber normal, Unzucht mit Kindern, aber intelligent. Ja, genau. Nein, äh, dieses Of Course But Maybe, falls ich's dir nicht geschickt habe, das musst du dir auf jeden Fall mal angucken. Und da geht's halt, also er sagt halt so, ganz schlimme Sachen passieren, aber eigentlich ist er auch aus Gutes resultiert, zum Beispiel. Autobahn. Und, und wenn sie halt dann einmal über das eine lachen und er dann aber ein schlimmeres Thema anfängt. Ganz kurz, was hast du gerade bei zum Beispiel gesagt? Weiß ich nicht, was hab ich? Egal. Autobahn. Ja. Hab ich ja gesagt. Aber du hast gesagt zum Beispiel, hab ich gesagt Autobahn, dann hast du nichts mehr gesagt. Ja. Was ganz Schlimmes. Naja. Egal. Ähm, so, und dann, dann heißt es halt hier, ihr habt drüber gelacht, als ich gesagt habe, hier, da sterben Kinder, so. Und jetzt lacht ihr hier aber nicht, oder was? Das ist richtig gut. Irgendwie hat er, hat er dann irgendwie erzählt, hier ein Typ ohne Arme, bababab, und dann hat er jemand, hat er einen Typen genannt, der wirklich keine Arme hatte, und dann haben alle gesagt so, oah, aber es ist wirklich ja auch dasselbe. Irgendwie sowas. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob das auch von ihm war. Das kann sein, dass das von Bill Böhr war. Weiß ich nicht genau. Aber egal. Guter Mann, hab ich mir tatsächlich mal richtig was gegönnt für 10 Dollar, 8 Euro, oder was das dann sind. Und, äh, fand ich gut. Wollte ich supporten. Ich supporte einfach Leute, die, die, äh, sexuellen Misskontakt gemacht haben. Mit Geld, mit dem Leute dich supporten. Ja. Nee, cool. Also, immer, 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 äh, Sachen gönnen. Ähm, ich wollte sagen, kauf dir doch mal lieber so ein Online-Coaching, wie du Millionär wirst. Dann kannst du dir noch 30 kommen, die Programme holen. Und was ist das denn eigentlich? Sind das dann so, was, sind das dann Streamys, die du dir kaufen kannst, oder Videos? Das ist ein stundenlanges Video von einem Bühnenauftritt. Mit Kamera-Cut. Also, das ist schon hochwertig produziert, würde ich damit sagen. Weil du gerade gesagt hast, irgendwie so ein Jahresabo oder so. Ja, du darfst es halt ein Jahr lang streamen oder dir halt runterladen und dann hast es. Ah, ja. Was könnte man da wohl schlauerweise besser machen? Naja, wer weiß. Ja. Er hat das Geld, ist ja egal. Ja, für einen Zehner schnapper. Also, okay, cool. Außerdem, außerdem würde ich, ja, ist so. Denn ich habe diese Woche auch noch Der Rausch gesehen. Wenn wir hier gerade über Entertainment-Medien reden, dann will ich das zumindest herausstellen. Der Rausch ist nämlich ein richtig guter Film. Und ich weiß nicht, ob du Mats Mikkelsen kennst, ob du den präsent hast. Guter Mann. Mats Mikkelsen. Das wäre so ein typischer Name. Das wäre so ein Name, wo du letzte Woche gemacht hast. Von wegen, ich habe hier so ein Name, wo ich nicht weiß, wer das ist. Und ich beschreibe jetzt mal, was ich mir gut da vorstelle. Also, es ist auf jeden Fall ein deutscher Schauspieler, der so ganz gewitzt ist. Ähm, auch ein Jüngerer. Der aber auch in so, in so, 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 so Nebenrollen in so kleinen Ohrhasen-esken, äh, Film spielt. Aber auch in so Quatsch-Comedy-Clubs dabei ist. Nee, nicht ganz. Immerhin hast du recht, dass er fast deutsch ist. Er ist nämlich Däne. Und der wurde vor, ich weiß gar nicht, mittlerweile irgendwie zehn Jahren oder so entdeckt. Der war unter anderem dann Hannibal. Du hast doch garantiert, hast du entweder dänische Delikatessen oder Adams Äpfel gesehen, oder? Mh. Was? Mh, mh. Alter, warum kackt dein Discord ab jedes Mal, wenn deine Antwort kommt? Ich weiß nicht, ob es mh oder mh ist. Nein, ich bin, mh, 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 mh. Du bist so hässlich. Nein, hab ich nicht. Ach so, gut. Also, Adams Äpfel würde ich dir zumindest mal empfehlen. Und, ähm, dänische Filme sind halt sehr geil. Der Rausch ist auch ein dänischer Film. Und da geht's darum, dass ein paar Lehrer anfangen. Welche mag der denn nicht? Die haben Millionen Nerze umgebracht. Zu Recht. Und die sollen mal Millionäre umbringen. Mhm. Mhm. So, der Rausch, da geht es um vier Lehrer, die sich entscheiden, ihren Alkoholpegel dauerhaft auf 0,5 Promille zu heben. So. Mehr muss man darüber eigentlich gar nicht sagen. Guter Film. Der ist sehr, sehr lebensbejahend am Ende. Das riecht gut. Okay. Wann hebst du denn Alkoholpegel mal auf 0,5? Mal gucken. Drückt der Tag näher. Wenn's nicht so, also wenn's nicht so kritisch wäre, würde ich halt irgendwann mal so einen Sonderstream machen. Weißt du, ich besaufe mich live. Aber das ist halt, also das ist ja qua Twitch. Halt dein Wort. Das ist dötig, was sagt, dass du die Haut feier auf dich hin, wie du das verwendest. Ich weiß. Aber wenn das... Das ist qua Anwendung, ist das Quatsch, wie du das machst. Qua Benutzung, das Wort du falsch. Gut. Haben wir eigentlich schon über die Vogelgrippe geredet. Letzte Woche hatte ich mit Tino nämlich, dass es irgendwie das Super-Aids gibt hier. Also Corona gleichzeitig mit Grippe zu haben. Ja, das hab ich... Da war ich im Zug. Ich hab das im Zug gehört. Schön. Das ist interessant. Das war für mich in dieser Sekunde wirklich sehr interessant, wie ich's gesagt hab. Jetzt erzähl, Mann. Ja, es wurde halt in China jetzt fünf neue Vogelgrippe-Fälle gefunden. H5N6 aber. Ich dachte, H5N1 hieß das früher. Das ist wahrscheinlich jetzt auch ein paar Jahre gereift. Und vielleicht kriegt man da jetzt... Also Pandemie hat man jetzt lange nicht. Vielleicht kommt da mal wieder was. Also wenn das wieder aus China kommt, dann würde ich da langsam mit einem schärferen Auge mal rüberblicken. Dass die dann die ganze Zeit in ihren Virus-Laboren zusammenköchen. Wobei, ist Vogelgrippe ein Virus? Ja, ne? Ja. Das ist eine ganz normale Grippe. Und das geht nicht bis Weihnachten 2025. Und ja, ich hab's hier, habt ihr es zuerst gehört. Ja, ja. Gut. Schön. Ich erinnere noch an den Brennpunkt, wo es zum ersten Mal um Corona ging. Der war witzig. Ja, hab ich mir auch echt schon länger jetzt mal vorgenommen, da reinzuhören. Und da muss ich auch aus heutiger Sicht sagen, da war ich halt auch einfach so ein bisschen auf diesem Mambo-Number-Five-Trip am Anfang. Na, ich glaub viele waren das. Obwohl, obwohl, ja, also das war ja noch eigentlich weit bevor das in den deutschen Medien irgendwie Fuß gefasst hat. Auf Reddit hieß es halt die ganze Zeit hier, das wird ein großes Ding. Und erfahrungsgemäß, wenn da halt so ein Hive-Mind ist, da peitscht man sich halt einfach ein bisschen hoch. Weißt du, oh ja, hier, das wird ein großes Ding, bla bla. Darf ich ganz kurz zwischengrätschen? Du hast gerade gesagt, so ein Mambo-Number-Five-Moment gehabt. Das verstehen original wir zwei. Ja. Das ist richtig. Ich hab im März 2020 mal in einem Song Corona verharmlost, als wir alle noch nicht so genau wissen konnten, was das ist. Da dachte ich hier, die nächste Vogelgrippe, BSE, hast du nicht gesehen. Und das hab ich auf dem Beat von Mambo-Number-Five gemacht. So, ja, das ist jetzt wieder nur, wir müssen jetzt alle Angst haben, aber wirklich ist es gar nicht so schlimm. Und Hände waschen und bla. So, nur kurz, um das nochmal. Ja. Aber auf die Reise nach Köln, wo wir das gefilmt haben, da hab ich mir schon sehr häufig die Hände gewaschen. Das sag ich dir. Das ist klug und du bist ein ganz sauberer Mann. Ja, aber trotzdem, am Anfang war das ja dennoch so, dass in Italien die Sterberate so hoch war, weil die Bevölkerung so alt ist. Das ist ja auch damals wie heute so. Natürlich hat das dann doch mehr grasiert, als man dachte. Egal, genug Corona. Genug Vogelgrippe. Ich glaub, also ich oute mich jetzt, ja. Ich glaube, das wird nicht noch eine Pandemie. Ich hab's... Nö, warum? Also... Und falls doch, habt ihr es hier zuerst gehört. Was soll denn die Scheiße? Wer würde denn jetzt sagen, Laie, es wird eine Pandemie? Also... Wer würde sowas tun? Ja. So, wer würde denn sowas tun? Lieber Pokémon Go, äh, Pokémon fangen, statt echte Räuber. Das ist nämlich passiert. Das ist eine Polizei in einem kleinen Dorf in Sachsen oder in Brandenburg passiert. Nee, ist leider in Los Angeles passiert. Ist nicht ganz so lokal, die Nachricht. Aber ich fand's trotzdem witzig. Weil die Nachricht, also BBC berichtet, die Nachricht hat explizit herausgearbeitet, dass es sich um ein sehr seltenes Relaxo handelte, weswegen sie dem Notruf nicht nachgekommen sind, diesen Räuber zu fangen, sondern stattdessen auf dem Parkplatz im Auto saßen und dieses Relaxo versucht haben zu fangen. Naja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wenn's halt ein Schein oder so Relaxo ist, ähm, Räuber kannst du den ganzen Tag fangen, ne? Ist so. Hat der Räuber da links noch jemanden genietet oder wie war das? Nee, gab wohl nicht so die, äh, nicht so die, na, Konsequenzen, aber für die, für die beiden Boys gab's halt Konsequenzen. Stark. Fanden das nicht so gut. Ja, aber an dieser Stelle will ich einfach mal einwerfen, du programmierst ja auch ganz gerne. Ja, gerne, ja, gut, mhm. Nee, ich hab da, ich hab da halt diese geile Idee, ich hab das auch im Stream schon gepitcht, einfach eine App mit Skate-Spots, genau wie Pokémon Go. Und ich weiß, ich weiß es for a fact, ja, das wirklich, das, das würde Andrang finden, weil man dadurch automatisch eine weltweite Karte erstellt von allen Spots der Erde. Und dann halt Footage einsendet hier, wer den besten Clip einsendet, die User können gegenseitig voten, der owned diesen Spot. Und das ist so ein geiles Konzept, das würde jeder Skater geil finden. Ich kann halt nur nicht programmieren. Ja, mach ich dir. Gut. Geld kannst du behalten. Ich bräuchte halt erstmal Geld. Ich will nur die App. Ah, ich seh schon, du sagst mal so, ja, mach das mal kostenlos. Wofür brauchst du da eine App, äh, wofür brauchst du da Startkapital, um dir ein Handy zu kaufen, um da, also bitte. Hm, na gut, wenn das, wenn das so ist, ja stimmt, Programmierer werden ja in der Regel auch nicht bezahlt heutzutage. Ja, hallo. Das ist ja nicht einer der besten, ist okay. Die Bezahlung ist ja hinterher dann, wenn du das Ding, äh, kommerzialisierst und dann sagst, hier, kauft euch. Okay. Nee, gut, alles klar. Ich dachte, ich hab das falsch rumgedacht, Entschuldigung. Das wird natürlich. Gut. Ja, äh, wo wir grad so von Visionär und Ideen sprechen, mit Tino wollte ich das nicht besprechen, das ist vor neun oder so Tagen passiert. Du kannst mir ja vielleicht da mal nachhelfen, da gibt's diese klaustrophobischen, äh, Darmgänge, wo Teslas durchfahren. Von der Boring Company. Bin ich leider nicht hundertprozentig hinterher, aber ich hab irgendwie jemanden gesehen, der sich da so lustig drüber gemacht hat, weil da dann auch Stau war oder so. Ja, das, also das ist, äh, das ist für mich der Ausschlag gegeben, dass ich da mich überhaupt mit beschäftigt habe. Ich wusste nicht, dass die überhaupt schon existieren. Hab dann dieses Video gesehen, dachte, holy shit, ich würde da nie durchfahren wollen, weil es einfach übelst beängstigend ist. Natürlich jetzt mein persönliches Ding. Ja gut, aber wenn du mit dem... Die sind ja einspurig. Und, uäh. Wenn du mit dem Zug durch den Tunnel fährst, hast du ja ähnliche Situationen. Ja, keine Ahnung, fahr ich nicht selber. Oder eine U-Bahn. Ist ja, und naja, ich weiß nicht, ob das da vielleicht doch ein bisschen weiter ist. Also, die U-Bahn ist halt auch ein bisschen breiter und da sind irgendwie gefühlt an jeder Ecke so Ausstiege und du hast halt Stationen. Und hier ist es halt einfach nur kilometerlange Röhre, wo zumindest in dem Video, was zwei Minuten ging, kein Ausgang zu sehen war. Und da denke ich mir halt auch, wenn da irgendwie jemand einen Herzkasper kriegt oder eine Batterie mal wieder Feuer fängt oder so, könnte ein bisschen schwierig sein, oder? Ja, das würde so in Deutschland auch nicht gehen. Du brauchst ja, du hast ja Tunnel mit tausend Notausgängen und tausend Not, äh, W, äh, so G-Streifen, wo du theoretisch rauslaufen könntest. G, also W, also G. W, also G, also Y, ne? Ja. Das würde hier so nicht kommen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Testprojekt. Da hättest du mir ruhig vorhin sagen können, dass ich das mal nachrecherchiere. Das hätte ich interessant gefunden, hab's aber bisher auch aufgeschoben, mir das mal anzugucken. Ich frag mich halt einfach nur, was ist, also die fahren da ja hintereinander durch so. Ja. Wenn jetzt ein Auto, warum auch immer, ausfällt, ist ja egal. Also, da kommt ja kein Krankenwagen reingefahren zum Beispiel. Oder ein Löschfahrzeug oder was weiß ich. Da müssten ja quasi dann erstmal alle rückwärts rausfahren, kilometerlang. ganz komisch. Aber gut. Dann vielleicht doch einfach die U-Bahn. Pflicht hier möglicherweise bei. Also, ich versteh diesen Klaus. Klaus. Ich versteh diesen Klaus auch nicht, ey. Was der hier immer erzählt. Das ist mein Mitbewohner für die Leute. Das ist im Wesentlichen. Ja, aber die Zuhörer... Ist egal. Herr der Ringe Serie kommt, ist jetzt für September, den zweiten 2022 angesetzt. Geil. Sag mal, Thema Film und Serien und etc. Das fällt mir gerade ein, wie du sagst. Wurde nicht vor vielen Jahren mal The Last of Us, der Film angekündigt? Ja. Für 2020 oder so. Also, der ist noch in der Mache. Der ist in der Röhre. So wie diese Tesla-Autos. Ah, oh. Erzähl mal da ganz kurz einen Abstrich von. Also, es wurde gesagt, dass der explizit nicht für diejenigen ist, die das Spiel gespielt haben. Was auch immer das heißt. Okay. Erstmal so ein bisschen Zielgruppe ausschließen. Finde ich eigentlich immer schlau. Marketing-technisch. Ja, ja. Ihr guckt den nicht. Und wenn doch, dann werdet ihr richtig scheiße den finden. Warte mal, es ist auch eine Serie, kein Film. Auch eine Serie, okay. War ich mir nicht sicher. So, grünes Licht 2020, frühestens Ende 2021. Also, müssen wir uns noch kurz gedulden. Ja, aber der ist nicht im Limbo verschwunden. Also, der Serie, das kommt schon noch. Und Uncharted, hast du das gespielt? Weil der Film ist ja jetzt wirklich in den Startlöchern. Uncharted habe ich mal auf der Playstation Vita gespielt. Und das fand ich total ulkig, dieses Game. Nein, weil jedes Mal, wenn du irgendwie ein Fels entlang gehangelt bist, immer wenn du von einem Stein weggesprungen bist, ist der so hinter dir so weggebrochen. So, gerade so. Und das du gerade so geschafft hast. Ja, das war jetzt auch ... Ein Glück, dass dann noch ein Felsvorsprung war. Das war besonders dumm. Es gab ja jetzt die neuen Tomb Raider-Teile alle kostenlos im Epic Store. Und da war es echt besonders dumm. Ich habe jetzt den zweiten Mal nachgeholt. Und es ist genau das, dieses Klischee. Okay, jetzt springst du da von der Kante ab. Die bricht dann halt weg, so. Und wenn du das 20 Mal gesehen hast und vorher schon 30 Mal in einem anderen Spiel, das ist echt so kacke dann. Man könnte eigentlich ein Spiel machen, was das die ganze Zeit übelst übertrieben nur macht. Das wird permanent hinter dir, wenn irgendwas ... Oder verarscht. Ja, genau so mache ich das. Während du abspringst, wächst eine neue Kante. Ach so, ja gut. Aus dem Felsen raus. Genau, dass du so gegen den Felsen springst. Im kurzen Foto landest, bricht der Felsen halt so vorteilhaft weg, dass so eine Kante entsteht. Das ist gut. Ja. Doch, doch. Ja, geil. Das wäre das. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollen würdet. Ja, ja. Hast du noch ein ganz wichtiges Thema? Weil ansonsten sind wir, glaube ich, bald bei mir. Wir hatten Jokowitsch, wir hatten den Pfarrer Haar. Jokowitsch. Das ist dieser Typ mit der lustigen Gesichtsschminke, aber aus Polen. Ey, was? Der bei Batman, der Antagonist. Ach, ich dachte an Jokowitsch und Klaaswitsch. Ach so. Ging ja alles. Ging ja alles. Ging ja alles. Ja, ja. Tonga hatten wir, da hat es explodiert. Und ja, da bin ich schon durch mit meiner Vorbereitung. Da hat es explodiert. Kannst du dich noch erinnern? Im Sommer? Letzten Sommer? Was ist das? Hm? Was ist Sommer? Kennst du nicht? Nee. Also die Bayer-Werke in Leverkusen, da gab es eine Explosion. Hast du das mitbekommen? Nee. Und ein Hochkant-Video war, filmt halt diese Wolke mit dem Kommentar, bei Bayer hat es explodiert. Und seitdem sage ich das immer so. Wäre besser, wenn Bayern explodiert. Auch? Was hältst du von dieser ganzen Ukraine-Situation? Und überhaupt sagst du Ukraine oder Ukraine? Ich sage Ukraine. Also eine Mischung, glaube ich. Und ich finde, dass man die Politik in Russland ruhig überdenken darf. Ah, okay. Das denke ich dazu. Ohne mich jetzt zu politisch zu äußern. Ja, also, ich weiß nicht, also gefühlt lese ich das seit Monaten, dass sie sich da ready machen. Jetzt heißt es halt wieder, okay, Russland macht sich ready für irgendein False Flag Momentum. Und dann sagt die Ukraine, wir werden uns hier verteidigen. bis zum letzten Blutstropfen. Und, ähm, ja, mal gucken. Aber mal so gefragt. Ja, Stichwort hier. Ist das Schwerterrasseln oder ist das, ist das true, was da passiert, weißt du? Das werden wir dann auch sehen. Das werden wir dann auch sehen. Ähm, wenn es knallt oder auch nicht. Also vielleicht verläuft es im Sande. Äh, die Pipeline, die ist ja auch, die wird ja auch so ein bisschen als politisches Gut gehandelt. Ich weiß nicht, ob du das mitkriegst in dem Zusammenhang. Bist du, äh, beziehst du eine Etagenheizung oder welche Heizungsart liegt bei dir vor? Äh, ich glaube zentral. Ich weiß es nicht genau. Also du würdest von günstigerem Gas nur bedingt profitieren? Wahrscheinlich. Natürlich so ein bisschen die Frage, ne? Also es hängt jetzt von diesem Ding auch ein bisschen ab, ob das jetzt wieder billiger wird. Ja, also ich finde das, also ich finde Russland auf jeden Fall nicht geil und Putin soll, also hallo Putin, ne? Der soll irgendwie mal nicht so ein Hannes sein. Aber auf der anderen Seite ist es ja total dumm, dass man sagt, ja, okay, Russland, da machen wir jetzt nicht, aber was weiß ich, Saudi-Arabien oder so, das ist cool. Das ist halt irgendwie immer so ein bisschen dumm. Yes. Aber, also da bin ich jetzt auch nicht tief genug drin, um mich hier nicht auf Glatteis zu bewegen, glaube ich. Ja gut, also Saudi-Arabien legt sich vielleicht nicht straight mit der NATO an. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Faktor, um den es da geht. Ja, trotzdem ist es ein ganz tolles Land. Sollten wir ganz viel... Die fällt aus der Frage. Also wenn wir mal wieder groß sind als YouTuber, ab nach Dubai, ne? Das ist alles. Mhm. Obwohl das ja die Emirate sind und nicht so ist klar, ne? Weiß ich. Müsste jetzt nicht reinschreiben. Ab nach Dubai. Doch, schreibt mal rein für den Algorithmus. Das klappt so nicht. Das Wichtige ist, an alle, die bis hierhin gehört haben, das Wichtige ist, dass ihr das Video bis ganz zum Ende guckt. Bis die letzten Sekunden. Auch wenn der Song, der ist so geil, ihr habt ihn schon mal gehört, aber der wird so geil. Ja. Bin mal gespannt. Ja, ansonsten, bevor wir bewerten, habe ich noch eine Sache, die ich auf jeden Fall ansprechen will, weil das war auch so ein kleines Highlight für mich diese Woche. Zum einen ist, ja, das ist wieder ein bisschen was anderes, aber so eine QAnon-Tante, die gesagt, nur Idioten, die impfen sich, ist an Corona gestorben, aber das gibt es ja auch jede Woche jetzt, so eine News. Aber zum anderen gab es so einen so einen Typen, so einen bekannten Anti-Vaxxer in Amerika, der irgendwie so eine Art Predigt hält und dabei sagt, dass Urin, also das ist einfach über Satire hinaus, dass Urin halt vor Kohlt schützt. Das heißt, du machst, du legst dir so eine Kanüle, also du machst quasi einen Katheter und legst daraus eine Kanüle direkt in deinen Arm rein. Ist so. Nee, also ich glaube, der Step ist dann nicht weit, dass der Typ einfach sagt, yo, pisst mich jetzt alle an. Also warum, wo zieht er diese Information her? Wie kommt er auf diese Idee, wenn er nicht einen Pissfetisch hat? Ich sag mal, wenn Querdenkertum dahin konvergiert, dass die sich alle gegenseitig anpissen, dann war nicht alles schlecht, oder? Das stimmt wohl. Das ist unser Recht, dass wir hier sich gegenseitig anpissen. Öffentliche Demonstration. Und dann werden die sauer auf die Wasserwerfer, weil die den guten Urin wegspülen. Oh Gott, oh Gott. Nee, aber ohne Scheiß, also wenn das dann irgendwann so eine gewisse Selbstheilung gibt, dass die Querdenker dann so darwinistisch früher oder später läuft es eh darauf hinaus. Aber wenn ein Zwischenschritt ist, dass die sich auf Demos gegenseitig anloli, ich meine, was wäre denn das für Bilder? Das wäre doch urkomisch, oder? Durchaus. Würde ich gucken. Man würde meinen, das würde so viral gehen wie eine Meute, die 50.000-fach vor den Bundestag scheißt. Ja, ich weiß, dass unsere Meinungen da auseinander gehen. Ja, aber diese Meute würde man dann genauso ernst nehmen wie die Leute, die sich gegenseitig in den Mund pissen. Witzig, dann bringt dann der eine immer so einen Bierkasten mit und stellt sich das so drauf und holt dann seinen Lullerhahn raus und der andere macht so, ah, weiß auch nicht. Ja, dann gab es diese Woche noch irgendwie so ein Judenvergleich-Ding, aber das gibt es ja irgendwie auch jetzt seit zwei Jahren mit Geimpft und Juden und klar. es war ganz groß, aber ja, ist halt dumm, gibt es glaube ich keine zwei Meinungen zu. Langweilig, seit Jahren aus Kassel wurden alle Witze erzählt. Langweilig, dieses Juden-Ding, Alter, und diese Schuld-Frage-Scheiß hier. Oder war das im Kontext von Corona oder was war das? Jaja, na klar, dass die Ungeimpften jetzt auch einen Stern ankriegen und so, also wie gesagt, gibt es keine zwei Meinungen zu. Um einen meiner Lieblings-YouTuber zu zitieren, früher waren es die Juden, jetzt bin es ich. Gut, äh, was geht bei der Woche? Acht. Acht? Äh, hallo, in Tonga hat es explodiert. Mhm. Ich würde ganz kurz nochmal rausfinden, äh, der Vollständigkeit halber, mh, mh, gleich mal hier, mh, äh, äh, Tong, äh, Hunga, Tonga, Hunga, H-A-Pai. So, das ist das, das wir es auch nochmal drin haben. Könnte auch wieder in sich, in sich ein schlechter Boomerwitz sein, dieser Name, aber er ist offenbar echt? Ja. Nicht? Trotzdem keine Acht. Was sollte noch alles explodieren? Weiß ich nicht. Ich gebe glaube ich tatsächlich nur, naja, obwohl der Vulkan ist halt schon ein Event, aber ich glaube, es ist halt wirklich eine 5. Die 5 war aus der Luft gegriffen, die ich da im Vorfeld so gesagt habe, aber jetzt fühlt es sich schon nach einer 5 an für mich. Erklärung, Robin schickt die mir gestern eine Spahnachricht, wo er gesagt hat, die Woche wird eine 5. Da habe ich ihn gleich zusammengeschissen, dass es ein Spoiler ist. Aber die letzten Wochen hatten auch auch nur so wenig. Da kann man ruhig wieder hochgehen. Ja, 5 ist ja dann hoch. Was soll denn noch alles passieren, Robin? Was soll denn noch alles brennen? Was soll denn noch alles? Prinz Andrew soll brennen. Und dann gibt es eine Acht? Ja. Vielleicht wird der ja verurteilt und in eine Zelle gepackt, in der man die extra so präpariert ist, dass man sich nicht selbst anzünden kann und dann brennt der plötzlich. Das wäre witzig. Das hätte durchaus Humor. Dann würde ich auch eine Acht geben. Dann würde durch so eine Tesla-Röhre ein Feuerwehrauto kommen, aber passt nicht durch. Schade. stirbt. Ja, diese Tesla-Röhren. Ich gucke die mir mal an, aber voraussichtlich ist ja nächste Woche eh Tino wieder da. Tinko. Wie gesagt, meine Gedanken sind bei ihm. Die Zahn-OP, das kann schon reichlich wehtun. Der kann ja dann kurz erzählen, ob das oben, unten, rechts, links war und wieder da durchgekommen ist. Kann ich jetzt nicht machen. Ja, Tino, schade. Aua. Sag ich da. Aua? Wegen der lauten Musik im Hintergrund? Wir sind bei 48 Minuten. Echt, ja? Dann habe ich hier was Falsches. Dann hast du meinen Cold Opener nicht mit. Echt? Hm. Egal. Okay, ja, die Musik ist richtig laut. Du hattest mich nach dem Hallo. Ja. Tschüss. Das ist jetzt dieses Aussage. Danke, Leute. Grüße an Tino. Kauft, nee, also es sind noch Hörerwünsche in der Pipeline. Kommt mal runter, wir müssen noch machen. Du bist echt schlechter Vertriebler einfach. Ja. Für euer Geld nicht. Äh, tschüss. Danke für das Hören. Schaut bis zur letzten Sekunde für die Watchtime. Ja, die allerletzte Sekunde. Dann dürft ihr es ausmachen. und lasst einen Kommentar da und schickt es an eure Oma. Ja, ne, tschau. Hey boy, will you come with me? I'll take you to a place you dream of. So say boy, what will you give to me? As an exchange for the things you see. I'd like to carry your soul.